Willkommen zum Sonntagspodcast. Heute soll es darum gehen, was macht eine Band oder eine erfolgreiche Band aus? Ist es die Musik allein oder auch die Fannähe? Meiner Meinung nach ist das gebildete Band heutzutage überholt und gar nicht mehr zeitgemäß, aber mehr dazu gleich. So, bevor ich jetzt starte, erstmal ein herzliches Danke an den Falco. Dem ist dieses Thema eingefallen, der hat sich das gewünscht, fand ich ganz cool. Und wenn wir in Wikipedia nachschauen, was bedeutet Band überhaupt, dann kommt dieses Wort aus dem Französischen, was so viel bedeutet wie Bande, Schar oder Truppe. So, wenn sich jetzt mehr als ein Musiker zusammenschließt zum Musikmachen, von mir aus auch zwei Leute, dann ist das schon eine Band. Damit ist die erste Frage schon beantwortet. Bei einer erfolgreichen Band schaut es aber meiner Meinung nach anders aus. Des Weiteren ist es auch gang und gäbe bei der Albumproduktion, dass viele Bandmitglieder auf ihren Instrumenten selber zu schlecht sind und dann einfach Studiomusiker dafür bezahlt werden, damit sie beim Album entweder was beisteuern oder ganze Parts einspielen. Am Ende interessiert das sowieso keinen, wenn die CD stimmt und man hört sich die CD gern an, ist es völlig wurscht. Früher war es halt noch so, dass die Band immer die gleiche Besetzung hatte, weil sie es auch leisten konnten und dann oft diese Band auch die CD selber eingespielt hat. Bei vielen Bands in der heutigen Szene ist das meiner Meinung nach nicht mehr der Fall. Ich sage kurz noch, wie ich darauf komme. Ich habe selber jahrelang in dieser Szene gespielt und da habe ich auch viel mitgekriegt, was hintenrum passiert ist und ab und zu kann man sich auch Fachzeitschriften kaufen, so Studioproduktionen und da stehen dann irgendwelche Typen drin, wo dann drinsteht Studio-Gitarrist von XY. Aber das sind halt so Zeitschriften, die der normale Fan soweit nicht liest, weil sich die meisten Fans nicht für Tontechnik interessieren oder selber eine Band aufnehmen wollen. Also ist die Frage jetzt im Endeffekt auch, wenn man jetzt das Studiomusiker bemüht oder die Band ab und zu austauscht, das tauschen ja viele ihre Besetzungen einfach aus. Ist das dann einfach noch eine klassische Band, wie man es aus den 70er Jahren kennt oder hat sich das einfach in der heutigen Zeit gewandelt? Ich würde sagen, das hat sich krass gewandelt und nichts geht über einen heftigen Sänger mit der super Ausstrahlung und den tollen Songs. So, aber bitte langweilt es mich jetzt nicht, dass ich behaupten würde, dass ich dieser super Sänger mit der Ausstrahlung bin. Das habe ich nicht gesagt, gleich mal vorweg. Ich kenne selber meine Defizite und ich mache das Beste aus meinem Gestaltungsspielraum, den ich habe. Und ein paar Leuten gefällt ja meine Musik. Ich bin nicht super bekannt, nicht super erfolgreich, aber mir reicht es so auch. Ich mache das Beste draus und mehr ist halt einfach nicht drin. So, ich erkläre jetzt in sechs Punkten, was eine erfolgreiche Band meiner Meinung nach ausmacht. So, Punkt eins bei einer erfolgreichen Band. Das Allerwichtigste ist der Frontmann, der was hermacht, der eine gewisse Ausstrahlung hat und es schafft, möglichst viele Leute in seinen Band zu reißen. Der Frontmann ist wichtiger wie die ganzen Bandmitglieder, weil ganz ehrlich, schaut euch mal die erfolgreichen Bands alle an. Von mir aus auch im Deutschrock-Bereich. Die meisten kennen den Sänger. Das ist der Macher, der hat dieses Charisma. Ob du jetzt den Schlagzeuger austauschst oder den Bassisten. Bei 90 Prozent aller Bands ist das völlig egal. Man braucht jetzt nur mal zu den erfolgreichen Bands aus Südtirol zu gehen. Ist jetzt egal, wie man da nimmt und so. Bis auf ein paar Leute. Wer kennt da schon groß den Drummer oder den Gitarristen, wenn da am nächsten Konzert jemand anders oben stehen würde, wenn er genauso gut spielt oder wenn nicht besser. Also bevor sich jetzt manche wieder aufregen, ich habe nichts gegen diese Bands. Aber man muss das mal ganz ehrlich sagen, bis auf ein paar Hardcore-Fans. Die meisten, die diese Musik konsumieren, die interessieren sich die meiste Zeit für einen Frontmann und für die Songs an sich. Ob jetzt bei diesem Konzert der Drummer gleich ist oder beim anderen ein Aushilfs-Drummer spielt oder ein Aushilfs-Gitarrist. Ich glaube, dass das den meisten Leuten unter euch völlig egal ist. Punkt zwei. Zu unserem außergewöhnlichen Frontmann gehört auch eine außergewöhnliche Stimme, die einfach sehr selten ist. Ich würde sagen, so eine besondere Stimme hat einer von 10.000 Leuten. Ihr könnt euch das z.B. anschauen bei Bands wie z.B. Nickelback oder Stonesower, Slipknot usw., Metallica. Das sind alles so außergewöhnliche Stimmen, die es einfach so oft nicht gibt. Wenn der Frontmann einfach nur cool ist oder so, aber seine Stimme klingt wie ein Blechkübel, dann ist er auch wieder nur die halbe Miete. Punkt drei ist, es müssen Lieder her, die die Leute schnell verstehen und die eingängig sind. Wenn unser Frontmann das Charisma hat und die Stimme und er macht Jazzmusik, dann wird sein Erfolg viel geringer ausfallen, als wenn er sowas zustande bringt, wie z.B. ACDC mit einfachen Songs, die jeder gleich kapiert. Punkt vier. Die Band darf niemals wie Abklatsch klingen. Wir brauchen keine zweiten bösen Onkels und keine dritten bösen Onkels und wir brauchen auch keine zweiten Metallica. Es muss irgendwie was frisches, neues sein und trotzdem Lieder beinhalten, die die Leute sofort kapieren. Punkt fünf. Man braucht die richtige Infrastruktur, die richtigen Leute, die sich um etwas kümmern, die richtigen Verträge, dass du nicht abgezockt wirst. Das ist ungefähr so, wenn dir ein Lichtschalter besonders gut gefällt. Du baust den Lichtschalter aus und baust ihn bei dir in der Hütte ein, drückst ihn und es geht kein Licht. Warum? Weil du die ganze Infrastruktur, die ganzen Stromleitungen, die in der Wand verlegt sind, nicht beachtet hast. Und so ist es bei einer Band auch, dass sehr viel im Hintergrund läuft, wovon die Fans überhaupt nichts mitkriegen. Und der sechste Punkt ist die Dauer, wie lange man es macht. Man sagt, bei den meisten Bands dauert es über zehn Jahre. Bei manchen geht es auch ziemlich schnell, aber das ist eher die Ausnahme. Es gibt da einige Beispiele von Bands, die sehr lange im Geschäft waren und auf einmal kam der Durchbruch. Ich sage dazu immer Exponentialrechnung. Wer es von euch kennt, es gibt da auch so ein Beispiel in Japan oder China. Da gibt es so eine Bambusart. Die wächst ein, zwei Jahre überhaupt nicht. Man sieht nur dieses kleine Pflänzchen da an der Oberfläche. Und irgendwann ab dem dritten, vierten, fünften Jahr fängt es auf einmal an zu wachsen. Ich glaube über zehn Zentimeter am Tag. Ich weiß jetzt nicht die genauen Fakten, aber das kann man sich mal anschauen. So was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, das ist Fannähe, weil es meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant ist. Klar, es schadet nicht, aber es ist nicht relevant. Denn wenn der richtige Sänger, die richtigen Songs und das richtige Produkt nicht steht, was bringt mir da die Fannähe? Dann könnte ich ja auch jedes Wochenende woanders hinfahren mit sämtlichen Fans zum Trinken gehen. Das allein macht mich aber nicht zum Superstar, weil die Songs müssen gut sein, dass die Leute sagen, das höre ich mir gern an, das gibt mir Kraft, das bedeutet was, die CDs kaufe ich gern. Und das erreichst du meiner Meinung nach nicht nur, wenn du mit jedem zum Trinken gehst. Zu guter Letzt bleibt noch zu sagen, wenn man diese ganzen Faktoren kennt, kann man dann nicht einfach eine Erfolgsband gründen. Ich sage nein, weil da viel Glück dazu gehört. Erstmal musst du diesen Sänger finden. Wenn du so einen Sänger findest, bist du auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Aber wie gesagt, einer von 10.000 und der muss auch noch drauf kommen, dass er singen kann. Das muss er auch für sich entdecken. Es gibt bestimmt auch Tausende von Leuten, die hätten diese Stimme, aber wissen es gar nicht, weil sie noch nie gesungen haben und unmusikalisch sind. Das ist das erste Mal. Und das zweite ist einfach, dass alles stimmen muss. Das Image, die Ausstrahlung, die Songs. Und die musst du ja alle so gestalten, dass sie perfekt in die heutige Zeit passen. Und daher ist das ein großes Lotteriespiel. Und da würde ich auch sagen, umso mehr du probierst, umso mehr du machst, desto besser sind die Chancen, dass vielleicht was dabei ist. So, meine Meinung am Schluss. Ich denke, dass zu den bestehenden Deutschrockbands, die es heute so gibt, irgendwann dann noch eine neue Band dazukommen wird, die wieder ganz groß wird, größer wie die Bands, die es jetzt gibt und Geschichte schreiben wird wie einst die riesengroße Band aus Frankfurt. Lassen wir uns überraschen, ob ich recht habe. So, ich denke, das sind die wichtigsten Punkte, was eine erfolgreiche Band ausmacht. Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein. Das war jetzt richtig viel Wissen in wenigen Punkten runtergebrochen. Und ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zum Frage- und Antworten-Video. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Start in die nächste Woche und viel Spaß. Bis dann! Musik Musik